Hier die Magdeburger. Bachmann? Bachmann? Nee, Bachmann ist nicht da. Also ich weiß, dass er wohl kommen soll, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Könnte aber glatt hinkommen. Das war ein geiler Schuss. Das war eine schöne Lanze, die kommt man richtig sehen. Mal auf die Antwort warten. Welche Antwort? Von da hinten, da ist Frank. Frank ist da hinten. Das ist doch Frank, oder? Nee, das ist ge... Ach. Jetzt guck den Hund, den Stirn, dann kann ich nicht. Dann kann ich doch mit meiner Wäschung probieren. Ja, sag ich doch was, Lutze. Die Hundkanze zu allem gebrauchen. Nur nicht als Hund. Die laden da hinten nicht, nicht? Hä? Ja, irgendwann, irgendwo wird der dann schon kommen. Das sieht vorher so genau aus. Achso, das rechts müsste die Staunten sein. Hier, Roman. Roman und Konsorten. Der 15 Schütz steht wo? Der 15 Schütz steht wo? Der 15? Der 15? Der 15? Der 15? Der 15? Der 15? Wieder eine schöne Lanze. Mach die auch nur. Nein. Apropos, eine kleine könnte man eigentlich mal wieder, bevor wir in den Hund drohen. Ja, stimmt. Rubio! Mach mal eine kleine!